Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal und damit auch willkommen bei einem neuen Chart-Video. Wir gucken uns heute drei Aktien an, zu denen es halt einfach neue News gibt. Einmal Microsoft, dann auch noch Beiersdorf und zu guter Letzt Volkswagen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier natürlich mit Microsoft an, immer erst mit den News, dann mit dem Chart. Und zwar gibt es die neuen News zu Microsoft und es ist so, dass man die Prognosen fürs vierte Quartal angepasst hat. Das vierte Quartal läuft im Übrigen jetzt Ende Juni ab, also das vierte Geschäftsquartal von Microsoft, also anders gesagt das zweite Kalenderquartal quasi. Und dort hat man jetzt ein bisschen wegen den Wechselkursen anpassen müssen. Die Wechselkurse sind nicht gerade positiv für Microsoft, dementsprechend gibt es dort leichte Anpassungen. Kommen wir also mal zu den Anpassungen. Bisher ist man von einem Umsatz zwischen 52,4 und 53,2 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Da hat man jetzt also die Schraube nach unten gedreht auf 51,94 bis 52,74 Milliarden US-Dollar. Das heißt also doch relativ deutlich nach unten geschraubt und auch beim Gewinn geht man davon aus, dass dieser niedrige ausfällt. Bisher ist man von einem Überschuss von 17,67 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Jetzt hat man eine kleine Spanne und zwar von 16,85 bis 17,43 Milliarden US-Dollar. Das hat Microsoft so ganz, ganz leicht belastet. Man muss aber sagen, dass es sich relativ fix wieder gefangen hat. Und wenn wir uns Microsoft jetzt mal angucken, dann sind wir jetzt hier quasi umgerechnet, was wir gerade an der deutschen Börse sehen, direkt an diesem Widerstand bzw. der Unterstützung. Also wir sind relativ genau hier bei 274 US-Dollar 20. Was jetzt interessant wäre, wäre tatsächlich aber dieser Ausbruch hier drüber, ein bisschen nachhaltiger. Zum Beispiel Richtung 275 US-Dollar, sagen wir mal 75, dann könnte man hier mal eine Long-Position aufbauen. Mindestens Richtung 283 US-Dollar ist aber eher so ein leichterer Widerstand. Es könnte dann sogar sehr gut weitergehen und zwar in Richtung knapp 300 bzw. 297,3 US-Dollar. Da also dann die Long-Position, falls wir den Ausbruch nach oben schaffen, Stop-Loss würde ich dann natürlich unter der Unterstützung setzen. Als Beispiel bei 272,2 US-Dollar sollten wir hier jetzt wieder aufgehalten werden. Dann könnten wir uns hier doch durchaus erstmal wieder in diesem Bereich aufhalten. Also in diesem Bereich, wo wir hier gerade auch die Tage waren. Zwischen 263 bis 274 US-Dollar sollte dann tatsächlich der Ausbruch auch hier kommen. Also zum Beispiel in Richtung 262 US-Dollar kann es auch sehr schnell in Richtung 250 US-Dollar gehen. Dort könnte man dann eine Short-Position aufbauen mit einem Stop-Loss in Richtung 265 US-Dollar. Das wären jetzt also so die nächsten, ich würde sagen, gängigen Sachen. Sollten wir hier tatsächlich jetzt in diesem Bereich bleiben zwischen diesen 263 und 274, kann man natürlich auch hier immer traden. Das heißt also, wir prallen jetzt hier oben ab, Short-Position von 273 in Richtung 263, Stop-Loss in Richtung 275 US-Dollar. Wie gesagt, Ziel nach unten, also eine Short-Position sollten wir dann hier unten wieder abprallen, zum Beispiel bei 264, US-Dollar 50 dann wieder sein. Dann natürlich mit einem Stop-Loss bei 262 US-Dollar in Richtung Ziel 274 US-Dollar. Das also einmal zu Microsoft. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne übrigens auch abonnieren und liken. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und zwar Beiersdorf. Bei Beiersdorf ist es eigentlich eine kürzere Nachricht. Es ist so, dass sowohl die Societ Generale als auch die JP Morgan, darüber spekulieren wir jetzt als nächstes in den DAX aufsteigt. Delivery Hero sollte absteigen und da gibt es jetzt ein paar Kandidaten, denen das zuzutrauen wäre. Am allerwahrscheinlichsten wäre tatsächlich, dass Beiersdorf wieder zurück in den DAX kommt. Ebenfalls wäre noch zum Beispiel Rheinmetall drin, aber die Wahrscheinlichkeit laut denen ist halt einfach höher, dass es dann tatsächlich Beiersdorf wird. Und deswegen gucken wir uns Beiersdorf jetzt auch einfach mal im Chart an. Und hier ist es gerade sehr interessant. Hier sind wir auch gerade in so einer kleinen Bewegung wieder drin zwischen 95 und knapp zumindest 99,70 Euro. Sollten wir jetzt hier nach oben oder nach unten ausbrechen, wird es auch hier interessant. Zum Beispiel 100 Euro etwas mehr, 100,10 Euro, also 100 Euro und 10 Cent natürlich. In Richtung 104 Euro ungefähr Long Position Stop Loss dann natürlich unter dem Widerstand, zum Beispiel bei 99,20 Euro. Ausbruch hier nach unten könnte dann eher wieder ein sehr negatives Zeichen sein. Also unter die 95,30 Euro, zum Beispiel 94,80 Euro. Short Position Richtung 90,30 Euro. Stop Loss bei 95,80 Euro. Genauso wie ich das hier gerade schon bei Microsoft beschrieben habe, kann man natürlich hier innerhalb dieser Bewegung immer schön traden. Das heißt also, wenn wir hier nach unten kommen und abprallen, nach oben hinweg Stop Loss unter der Unterstützung mit einer Long Position, sollten wir hier oben wieder abprallen, so wie es ja zum Beispiel auch schon mehrere Male jetzt hier war. Das können wir jetzt sehen, 5. April beziehungsweise auch 28. April. Könnte man dann durchaus, also bei dieser magischen Grenze, sage ich mal, von 100 Euro hier die Short Position aufbauen. Stop Loss natürlich über 100 Euro, 100,30 Euro zum Beispiel. Und dann die Short Position Richtung 95 Euro laufen lassen. Das also einmal hierzu. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht. Und zwar zu Volkswagen. Und ich mache das einfach, wie ich es eben gemacht habe. Zwischen den Wechseln dann nochmal ganz kurz Eigenwerbung. Wenn ihr selber traden möchtet, dann haben wir auch Videos dafür. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Wir verlinken euch gerne mal ein Video, wo ich euch mal erklärt habe, wie man zum Beispiel tradet. Was ist Trading überhaupt? Da denke ich mal, da werden die meisten von euch, die sich dieses Video angucken, jetzt nicht mehr mit hadern. Aber zumindest mal habe ich zum Beispiel einmal den Broker Naga vorgestellt, wo ich auch mal Trades gemacht habe. Das könnt ihr auch gerne machen. Da könnt ihr gerne reingucken. Also wir verlinken euch da ein paar Sachen und würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Kommen wir jetzt also mal zu Volkswagen. Und hier gibt es natürlich auch eine neue News. Und da geht es eher um die Softwarefirma Cariad. Denn die hat so ein bisschen über Chips gesprochen. Es ist so, dass man einfach sehr, sehr viele Bauteile hat, gerade bei den, ich sag mal, gut ausgestatteten Fahrzeugen. Man möchte das Ganze irgendwie so ein bisschen verallgemeinern. Das heißt also, dass die Chips besser zusammenpassen. Anders gesagt, dass die alle so auf einen Standard kommen, damit man die besser einsetzen kann. Und außerdem hat man sich dazu geäußert, weil ja viele irgendwie so ein bisschen auch in die Chipbranche gehen und selber entwickeln wollen, dass man das bei Volkswagen nicht, zumindest aktuell noch nicht im Interesse hat. Das heißt also, man möchte nicht die Chips komplett selber entwickeln, sondern man möchte eher den Weg gehen, dass man eine Co-Entwicklung macht. Anders gesagt, oder ein Co-Design. Anders gesagt, man setzt sich mit einem Chiphersteller zusammen und arbeitet dann zusammen was raus. Und lässt nicht nur fertigen von anderen dann, sondern dass man halt wirklich sich zusammensetzt, das Ganze zusammen macht. Das soll auch dabei unter anderem helfen, Kosten zu sparen. Und wenn wir uns jetzt hier mal Volkswagen vom Chart her angucken, dann können wir sehen. Ich nehme das hier mal ganz kurz raus, weil wir hier tatsächlich den Ausbruch auch hatten, das, was wir beschrieben hatten. Und jetzt hängen wir hier gerade an dem leichten Widerstand bei knapp 161 Euro. Sollten wir hier drüber kommen, zum Beispiel 161,70 Euro. Tageschlusskurs kann es auch sehr schnell in Richtung 168 Euro gehen, also in Richtung des Abwärtstrends. Da würde ich dann aufpassen, da kann es halt immer einfach sehr, sehr schnell runtergehen. Da kann man dann eine Short-Position aufbauen wieder, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kann man hier sehr, sehr schnell abprallen. Deswegen würde ich dort ein bisschen aufpassen. Sollten wir den Abwärtstrend aber brechen können, zum Beispiel bei 169 am 24. Juni, dann könnte man mal eine Long-Position aufbauen in Richtung 193 Euro. Da geht es natürlich nicht um heute oder morgen, sondern da geht es dann wirklich darüber, dass wir hier so ein mittelfristiges Ziel dann erstmal 193 Euro haben. Und das kann man dann natürlich eventuell auch mit dem Hebel ganz gut traden, würde zumindest interessant aussehen. Sollten wir jetzt tatsächlich auch wieder unter diese Unterstützung kommen bei 157 Euro, dann wäre es doch durchaus auch denkbar, dass wir nochmal in Richtung 142 Euro fallen. Anders gesagt, man könnte dann tatsächlich mal die Short-Position aufbauen. Zwischen 155,50 und 142 Euro Stop-Loss 158,50 Euro. Sollte es dann auch hier weiter runtergehen, haben wir es hier schon mal eingezeichnet, dann kann es auch nochmal durchaus unter die 142 in Richtung 132, eventuell sogar in Richtung 123 Euro gehen. Und was ich vergessen habe zu sagen, solltet ihr jetzt hier einsteigen, ist natürlich keine Anlageberatung, aber wenn ich das umsetzen würde, dann würde ich vielleicht bei 162 halt einsteigen, Ziel 168 und Stop-Loss in dem Fall bei 160 Euro. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne liken, abonnieren, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort und gerne auch die Trading-Videos mal anschauen, würde uns auf jeden Fall freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.